guten tag hier spricht euer peter gemein was haben wir für ein brett vorm kopf ich darf mich hier nicht erwischen lassen was brett nennen so ein brett vorm kopf leute so ein brett vorm kopf leute alder schweger muss man schon ehrlich sagen brett ist alter schweger alles gut versteckt leute war es war gut versteckt leute letzte tat es war es war sehr gut versteckt leute es war sehr gut versteckt leute muss man ehrlich gesagt zu geben es war mega gut versteckt was leute aber es hätte man viel ah man ist halt immer man ach gott wir brauchen wieder drachen leute immer drachen 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 so kann man sagen das mal echt ein brett vorm kopf karten leute alderschweger richtiges brett vorm kopf alderschweger muss man ehrlich gesagt sagen da haben wir echt ein brett vorm kopf karten da haben wir echt ein brett vorm kopf karten sonst werden wir so jetzt werden wir so jetzt werden wir die sachen machen wir uns zum herz gehen leute so alter mann da haben wir richtig ein satz mit x gemacht leute das muss man ehrlich sagen es war ein satz mit x heftig heftig ja das war wirklich heftig das war wirklich heftig ne alter so dämlich heute waren wir echt noch mit leider ne ne heute waren wir echt nicht aber so dämlich waren wir alle das hätte man viel früher mitnehmen können leute leider was ist ich finde die ganze sieben hier ist echt viel leute muss man ehrlich sagen die sehen hier das wasser sieht echt richtig gut ausleihen muss man ehrlich gesagt sagen das sieht richtig nice aus muss man ehrlich sagen leute heute aber dass das so einfach ist leute habe ich echt nicht gedacht alter mann und mir so eine kleine part das frustriert auch ein bisschen finde ich wenn man so ein bisschen noch finde ich und da hoch müssen wir leute aber ich habe mal überlegt wir werden noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen noch aber man weiß ja nicht was man noch brauchen könnten man weiß es ja nicht weil wir haben ja durch das dass man ja so viel ist man kann sagen es war ein richtiges brett vom kopf muss man ehrlich sagen es war ein brett vom kopf aber leute es ist fast geschafft leute wir haben hier dieses gebiet fast alles wir sind wir haben fast hier alles abgeräumt leute das muss man ehrlich sagen wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben durch dieses portal kommt man dann zurück leute und da wollen wir natürlich wieder hin zu der wir können integrieren aber wir wollen ja nicht weg wir wollen sie erledigen leute sozusagen wir wollen sie erledigen Junge junge sie wird bald sie hat bald ein großes problem sie wird bald ein riesen problem bekommen wenn wir sie angreifen jetzt werden riesen problem verzehler ja aber ich denke ob sie es schon weiß ob sie es schon weiß das ob sie es schon weiß dass sie das ist gebiet eigentlich wie ihr gehört fast halt das ist das gebiet bald das gebiet bald abgeben muss an uns vielleicht alles wäre heftig das wäre heftig wenn man es abgeben müsste aber oder es kann passieren dass das vielleicht sie dann von hartes ungnade fällt es kann auch sein weil du immer schon eine quest es kann auch sein dass sie in ungnade kommt leute es wäre heftig wenn sie in ungnade kommt leute es wäre heftig wenn sie hartes ungnade kommt aber es werden wir ja bald erleben leute was mit ihr passiert dann eventuell so die markierung machen wir schon mal aber in der folge werden wir noch nicht sie besuchen leute wir werden so sind auch schon heftig was wir alles hier geschafft haben wollen wenn ich nicht kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ok ok sind wieder kolosse sind die gespawnt worden sind die gespawnt wieder gespawnt worden ok ok wir könnten hier das land noch reduzieren jetzt ok 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 leute das ist geil uh das ist ja heftig gut so jetzt schauen wir auf die karte ist man da immer noch was ok leute vielleicht können wir doch noch ein bisschen aufräumen ok leute Leute, Leute, gerade das Gebiet ist vielfältig, ja, wow, Leute, das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen aufräumen, vielleicht gibt es auch da drüben noch immer das gleiche, Leute, und dann könnten wir hier noch ein bisschen noch reduzieren, aber nicht, ist das ein Bug oder irgendein Kugel, oder wird es resetet einfach, die Leute, kann auch sein, dass wir einfach resetet werden, Leute, die, dass wir einfach resetet werden, die, das könnte ich mir vorstellen, was soll es denn sonst sein, Leute, dass man, das könnte ich mir als einzigstes vorstellen, Leute, dass es sich resetet hat, Leute, die, die Kolosse resetten sich einfach, und dann, ich bin halt, und dann, ah, wird man ewig dann einfach die, hier, hier das Land schwäche, Leute, und dann hätten wir einen Vorteil, ist sie, dann hat sie richtige Arsch, richtige Probleme, Leute, wenn sie dann hier die Gebiete alle verliebt, die Aufseher haben jetzt die Arschkarte schon, die Aufseher haben ja schon die Arschkarte. Die hätte schon die Arschkarte, die haben schon die Arschkarte, Leute, die, die haben schon die Arschkarte. Die Arschkarte haben wir eh schon, und jetzt holen wir uns noch das Gebiet zurück, Leute. Das ist wirklich nicht schlecht, dass wir hier die Kolosse noch erledigen können. Dass wir hier die, die, die macht von ihr immer schwächen, Leute. Oh, hoppala. Wo war, wo hat der sich versteckt? Wo hat die, oh, Junge, wo hast du dich versteckt? Wo hast du dich versteckt, alle? Komm, raus aus deinem Versteck. Aber wir haben einfach bessere Waffen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben die besseren Waffen. Aber normalerweise müsste das Gebiet umkämpft sein. Ah, okay. Weil, wahrscheinlich, ich glaube, Leute, weil noch die Anführerin lebte. Es lebt noch die Anführerin. Könnte ich mal vorstellen durch das. Aber das wird ja bald Geschichte sein, Leute, dass wir hier die, weil der Einfluss ist ja immer weniger. Sie werden ja immer weniger Einfluss bekommen hier in dem Gebiet. So, Leute, die Sache, mach mal eine Stelle, schnell reisen nach oben. Reisen wir nach oben, Leute. Und dann machen wir die Sache, einen Besuch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jetzt suchen wir uns noch ein schönes Plätzchen, wenn die, wenn's. Suchen wir uns noch ein schönes Plätzchen da oben. Wo man uns noch gucken könnte, wo es noch schön aussieht. Ich würd, ich könnte mal eine, wo man ein schönes Plätzchen findet. Auf der Treppe, ganz oben. Ich denk nicht weiter. So, da würd ich Sachen machen. Und dann, so, dann mach mal da oben. Oder machen wir jetzt da oben, Leute, auf dem Ding da oben. So, Leute, mit diesem schönen Ausblick von Kassandra. Schönes Blick. Würde ich sagen, Leute, machen wir für heute Feierabend. Beim nächsten Mal besuchen wir unsere Freundin. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann. Und PG, bis demnächst.